Gottes Lila Weltschöpfung Die altindische Kosmologie kennt keine Schöpfung aus dem Nichts. Die Ursubstanz des Weltalls, die Prakriti, ist immerwährend da, ohne Anfang und ohne Ende. Sie ist alterlos, das heißt ewig. So wie Gott, dem sie untersteht, auf dem sie beruht und dessen Willen sie vollführt, wenn er manchmal seinen gelegentlichen Blick dem immer seienden Schatten der ewigen Wirklichkeit der Sphäre der Maya zuwendet. Auch während jeder Brahmanacht, der langen Nacht, da die Welt aufgelöst ist und die Atmas nach langer Reise von ihrem feinen, begierden Leib umhüllt, schlafend in der Nacht des weltzugewandten Gottes ruhen, ist die Urmaterie des Universums unsichtbar, ungeformt, unmanifestiert, avyakta. Während jedes Tages eines Weltenbildners Brahma, der nur ein bescheidener Diener des Höchsten ist, manifestiert sie sich. In der Bhagavad-Gita schildert Krishna sein Wirken als weltzugewandter Gott, als Mahavishnu folgendermaßen. Mein Schoß ist die große Prakriti. In sie senke ich den Keim hinein. Daraus erfolgt die Geburt aller Wesen, o Arjuna. Was immer in allen Schößen an Formen entsteht, die große Prakriti ist der Schoß und ich bin der lebengebende Vater. Gita 14.3-4 Der Keim, der durch den Willensimpuls Mahavishnus in die leblose Prakriti eingesenkt wird, heißt Jiva, in Klammer, der Lebenverleihende. Es ist die Gesamtheit der zahllosen Jivas oder Jiv-Atmas, die nun unter der Gewalt des Blickes Gottes und der Gewalt der eben von ihm entlassenen Kraft der Zeit in die Prakriti eintreten, um dort von Materium hüllt, einen neuen Kreislauf der Geburten und Tode zu beginnen. Unter dem Einfluss des Blickes Gottes, in Klammer, der göttlicher Willen ist und der entfesselten Zeit und der Jivas wird die Prakriti erregt, die während der Dauer der langen Nacht der Weltauflösung Pralaya im Gleichgewicht verharrt war. Und diese Prakriti manifestiert sich nun plötzlich als eine Dreiheit einander widerstreitender Kräfte, als die Drei Gunas der Maya, als Raja, Tamar und Sattva. Im Bhagavatam wird an mehreren Stellen genau geschildert, wie sich nun unter dem Einfluss von Mahavishnus Blick und der Jivas und der Zeit Aus der Prakriti stufenweise die 23 Kategorien der feinen, in Klammer, psychischen und grobphysischen Materie des Weltalls entfalten. Fußnote 93 Die 23 Kategorien sind die Prakriti, die eben in Bewegung geraten ist, in Klammer, Mahat, das Ich-Bewusstsein, in Klammer, Ahamkara, die 5 Erkenntnissinne, die 5 Tastsinne, die 5 Prinzipien der grobphysischen Materie, in Klammer, Mahabhuta, Raum, Akaja, Luft, Vayu, Licht, Feuer, Teja, Flüssiges, Jala, Lautvibration, Abda, Berührung, Sparsha, Farbe, Formen, Rupa, Geschmack, Rasa, Duft, Ganda Vergleiche Bhagavatam 3.5.24 bis 46 In Bhagavatam 3.26 ist von 24 Kategorien der feinen und groben Materie die Rede Die 5 Mahabhutas, 5 Tanmatras, die 5 Erkenntnissinne, 5 Tastsinne und Citta, Mana, Bodhi, Ahamkara In Bhagavatam, in Klammer, auch in der Bhagavad-Gita und anderen Shastras, wird die theistische Shankya-Lehre behandelt Und als deren Urheber, in Bhagavatam 3.26 Und als deren Urheber, der Avatara-Kapila genannt In Klammer, in Bhagavatam 3.26 Davon ist die theistische Shankya-Lehre von Ishvara-Krishna und Matara zu unterscheiden Die eines der sechs klassischen Systeme der indischen Philosophie bildet Und ebenfalls einem Kapila zugeschrieben wird Doch den Kategorien der entstehenden Welt wohnen einander widerstreitende Kräfte inne Infolge des wilden Kampfes der Gunas untereinander Und sie vermögen nicht, sich zur Gestalt des Kosmos zusammenzufügen Da flehen die Devas, die diese Kategorien ordnen sollen, zu Mahavishnu Dessen Strahlen sie sind Er möge ihnen beistehen Denn die Welt, die geformt werden soll, sei ja dazu bestimmt Einst eine Bühne für die weitere Entfaltung der inneren göttlichen Lila zu bilden Mahavishnu entspricht ihrer Bitte Und ohne dass seine ursprüngliche Fülle im Mindesten verringert würde Steigt er in jede der Kategorien des kommenden Kosmos hinein Und offenbart sich als ein Teilaspekt seines Selbst Als ein zweiter Mahavishnu In Klammer Herabsteigen bedeutet hier kein räumliches Herabsteigen Sondern eine Manifestation geminderten Grades göttlicher Fülle Fußnote 94 Für alle Entfaltung der Gottheit gilt die berühmte Strophe aus der Priyat Aranyaka Upanishad 5.1.1 Die als Leitmotiv auch mehrere andere Upanishaden vorangesetzt wird Jenes ist die Fülle Dieses ist die Fülle Aus der Fülle die Fülle entsteht Wenn Fülle von der Fülle genommen wird So verbleibt die Fülle doch Dieser zweite Mahavishnu ist der tausendhäuptige, tausendarmige Purusha Des Purusha-Shuktam des Rigveda Den die Upanishad überall Anlitz, überall Auge nennt Und der sich im elften Kapitel der Bhagavad-Gita manifestiert Dieser zweite Mahavishnu In Klammer Der vom ersten Mahavishnu geschieden und nicht geschieden ist Bildet in seiner Chit-Gestalt den ewigen Grund einer jeden Welt Krishna schildert ihn folgendermaßen Überall und immer Hände und Füße Überall und immer Augen, Kopf und Mund Überall und immer mit Ohren ausgestattet Ist er das, in Klammer Tat, in der Welt alles erfüllend Gita 13.13 Fußnote 95 Diese Strophe in der Gita gilt als eine Unterweisung Die Chaitanya seinem Gefährten Advaita erteilt In Klammer Chaitanya Bhagavata Madhyakanta 10.126-130 Mad-Ausgabe Er ändert dabei die übliche Leseart von Sarvata, in Klammer mit ganzer Kraft, voll und ganz Zu Sarvatra, in Klammer überall, zeitlich und räumlich Meine Übersetzung folgt der Leseart Chaitanyas Mahavishnu steigt noch tiefer hinab Er manifestiert sich in seiner ewigen Gestalt als der dritte Vishnu Als der innere Lenker, Antaryami, in jedem Lebewesen Der als stiller Zeuge und innerer Anschauer bei jedem der unzähligen Schiefatmers weilt, ohne seine Einheit zu verlieren Und der nicht nur jeden dieser Atmers auf seiner endlosen Reise durch die Welten der Unwissenheit Begleitet, sondern auch veranlasst, dass die Folgen der früheren Taten, in Klammer Karma, sich in rechter Weise auswirken Fußnote 96 Hier liegt der wesentliche Unterschied zur Karma-Lehre des Buddhismus Gemäß welcher die Karmas ihre eigene Auswirkung selbst veranlassen Er, der eine, der Herrscher, der innere Atmer in allen Wesen Gestaltet seine eine Gestalt zu vielen Gestalten Die Weisen, die erkennen, dass er in ihrem Atmer weilt Die allein kommen zum ewigen Glück und keine anderen Kathar Upanishad 2.2.12 Was hier geschildert wird, ist nicht nur ein Ausschnitt aus einer einzigen Schöpfung von einem der zahllosen Weltensysteme, deren Ausfluss und Rückfluss zur äußeren Lila Gottes gehören Das Ausfluten und Rückfluten der Welten wird mit Atemzügen Gottes verglichen Wie sonnenleuchtende Staubströme durch offene Fenster fluten So fluten durch die Poren Mahavishnus zahllose Welten aus und ein In Klammer, wenn ihr ausatmet, entstehen die Welten, wenn ihr einatmet, vergehen die Welten Und nie ist ein Ende des Weltentstehens und Weltvergehens, denn nie hört Mahavishnu auf zu atmen Sobald der zweite Mahavishnu zum ewigen Grund eines keimenden Weltsystems geworden ist, wächst aus dem Nabel Mahavishnus ein Lotus empor So heißt es in der Bildsprache der Shastras Im Kelch dieses Lotus erwacht ein hochentwickelter Shiva zum Bewusstsein, der als reif befunden worden ist Das Amt eines Brahma, eines Weltenbildners zu übernehmen Nachdem die Schöpfung im Allgemeinen ohne jedes Tun Gottes durch seinen gelegentlichen Willen und sein bloßes Dasein vollbracht wurde Und das immerwährende Material der Prakriti vorbereitet ist Das heißt, sich von der Kategorie Mahat bis zum Erdelement in Klammer PriTV entfaltet hat Obliegt es Brahma, dem Weltenbildner, die Schöpfung fortzusetzen Und mittels des Gunaraja und durch die Kraft des vedischen Wortes die Welten und die Leibeshüllen der Jivas zu bilden Im Sinn mehrerer Puranas gibt es nicht bloß einen einzigen Weltenbildner Brahma Sondern zahllose Brahmas, von denen einer jeder sein eigenes Weltsystem aufbaut Und es gibt nicht bloß einen Weltenvernichter, Shiva Sondern zahllose Shivas, von denen jeder ein Weltsystem auflöst Schon in sehr alter Zeit war das Wissen vom Entstehen und Vergehen zahlloser Weltensysteme in Indien wohl bekannt Im Chaitanya Charit Amrita in Klammer Madhya Lila 21.38-52 Gibt Chaitanya seinem Schüler Sanatana einen Puranischen Bericht wieder Worin der vierhäuptige Brahma unseres Welten Systems staunend eine Unmenge von größeren Brahmas gewahr wird Brahmas mit Hunderten von Häuptern, Brahmas mit Tausenden von Häuptern, Brahmas mit Millionen von Häuptern Die auf die unvergleichlich größere Macht und Reichweite dieser Weltenbildner und ihrer Welten hinweisen Und sie alle und ebenso die unzähligen Shivas die Welten auflösen Sind demütige Diener Bhagavan Krishnas Die Reiche von Zeit und Raum, die von jedem Brahma aus Maya-Stoff und den Kategorien der Maya gebildet werden Sind die sogenannten 14 Welten Sieben davon, die Reiche Atala, Vitala, Suttala, Talatala, Mahatala, Rasatala und Patala sind Unterwelten Sie liegen tiefer als die Erde In Klammer Bhagavatam 5.24.7 Sieben davon liegen darüber Es sind die Welten Bhu, in Klammer Erde, Bhuva, Sva, Mahatapa, Jhana, Satyaloka Die letzte ist das hohe Reich von Brahma selbst Es handelt sich um Bewusstseinsebenen und doch auch um geografische Bereiche Die höchsten dieser kosmischen Welten sind aus dem lichten Sattva-Guna der Maya gewoben Sie und ihre Wesen, die Leibeshüllen aus Sattva besitzen, sind unsichtbar für menschliche Augen Unerfassbar für Instrumente, auch für solche, die auf einer Raumrakete montiert sind Die Welten Bhu, Bhuva, Sva werden am Beginn jeder Brahmanacht aufgelöst Die vier höheren Reiche von Mahar bis Satyaloka bleiben bestehen Bis zu der großen Weltauflösung Maha Pralaya Am Ende der Lebenszeit eines Prama Es ist die Gnade Bhagavans, dass er einerseits den Jivas, die genießen wollen, eine Welt gibt Und Leibeshüllen, die das genießende Welt ermöglichen Und dass er ihnen andererseits durch die Veden die Gelegenheit gibt, ihn durch Karma-Yoga zu finden Auch die Weltauflösungen sind wieder Gnade, denn da erlangen die Jivas nach langem Umherirren Ruhe Eine Art traumlosen Schlafs, der ebenso lange währt wie die Dauer der Welt Am Beginn jeder neuen Weltentfaltung steigen die Jivas wieder in den Kosmos herab Und erhalten Leibeshüllen entsprechend ihrem noch unausgelebtem Begehren Jeder Kosmos der Maya ist umgeben von acht aufeinanderfolgenden Hüllen der Borgriti Den sogenannten Avaranas Jenseits der Avaranas liegen die drei Ozeane, in welchen die drei Vishnus, die einer sind, ruhen Der höchste dieser Ozeane ist der Ort jenes Maha Vishnu, der vor Beginn der Schöpfung seinen Blick, der göttliche Wille ist, der Sphäre der Maya zuwendet Er wird Ozean der Ursachen genannt Er heißt auch Viraja Nadi, der Strom, in dem die Gunas der Maya ausgelöscht werden Jenseits davon beginnen jene Reiche, die unbegrenzt von Raum und Zeit sind Das Reich Muktipat, der Ort der Befreiten und dann die auf der gleichen geistigen Ebene befindlichen Gottesreiche Das unendliche Reich der Allmacht und Gottesmajestät von Lakshmi Narayana und Sivaloka Das Reich Parvati Sadashiva Mahadevas Sanatan Goswamis Priyat Bhagavatam Ritam enthält eine großartige Schilderung der Wanderung eines Suchers nach dem höchsten Menschenziel Zuerst auf Erden und dann durch die Welt der Devas und weitere höhere Welten der Maya und schließlich durch eine Reihe von ewigen, unendlichen Gottesreichen Bis in Krishnas innerstes Reich Die Bewohner der vergänglichen Himmelswelt, Sva oder Svarga, sind Indra und andere Devas Es sind hohe Wesen mit Leibern aus Sattva-Stoff, feinsten Genüssen hingegeben Sie leben unvergleichlich länger als der Mensch und doch herrschen auch in ihrem Reich Neid, Eifersucht und andere Leidenschaften In Klammer Bhagavatam 11.10.21 Auch sie sind Jivas und dem endlosen Kreislauf der Geburten und Tode unterworfen Sie stürzen wieder hinab, wenn die Frucht ihres Karma, ihrer einstigen Tugendübung, die zu der Geburt in der Himmelswelt Svarga geführt hat, aufgezerrt ist In Bhagavatam 5.19.21-23 wird eine Hymne der Devas an Bhagavan wiedergegeben, worin sie darum flehen, in der nächsten Geburt im Lande Bharadvarsha, in Klammer Indien, als Menschen wiedergeboren zu werden Obwohl der Mensch so viel Leid ausgesetzt ist und gleichsam nur einen Augenblick lebt Aber das Menschenleben doch die Möglichkeit bietet, zu wahren Dienen Gottes zu gelangen Die Devas vermögen es nicht, durch ein Übermaß an Genuss Die Bewohner der höllischen Welten vermögen es nicht, durch ein Übermaß an Qual Jeder Brahma vollbringt nicht etwa bloß ein einziges Mal sein mühevolles Bildnerwerk 36.000 Mal hat der Brahma unseres Weltsystems die Schöpfung von Neuem zu vollbringen Die Lebensdauer jedes dieser Weltenschöpfungen ist den Purushas zufolge 4.320 Millionen irdischer Jahre Das heißt ein Tag Brahmas Und Brahma lebt 100 Brahma Jahre Das sind 36.000 Tage und 36.000 Nächte Die jeweils 4.320 Millionen Jahre zählen Am Ende des Lebens eines Brahma geht er nach treu verrichtetem Werk in das ewige Reich Vishnus ein Und es beginnt die lange Nacht einer großen Weltauflösung Maha Pralaya Die so lange währt wie das ganze Leben eines Brahma Dann tritt ein neuer Brahma auf, der abermals das Weltenbildneramt ausübt Im Bhagavatam finden sich zwei verschiedene Berichte über eine Weltschöpfung durch Brahma Eine vollzieht sich zu Beginn der zweiten Lebenshälfte Brahmas Bereits 18.000 Mal hat da Brahma sein mühevolles Schöpfungswerk getan Immer wieder hat er voll Trauer das Elend der Lebewesen gesehen, die er selbst bildete Und nun spricht er klagend zu Maha Vishnu, der sein eigener Grund ist Mein Herz singt, oh du weithin schreitender Fußnote 98 Ein uralter Name Vishnus, schon im Rigveda wiederholt genannt Mein Herz singt, oh du weithin schreitender Wenn ich all diese sehe, mit ihrer untragbaren Last Immer wieder gequält von ihren drei Körpersäften Und von Hunger und Durst und Hitze und Kälte Und Sturm und Regen Und wie sie sich gegenseitig quälen Durch ihren unzähmbaren Ärger Im Feuer ihres Lustbegehrens Bhagavatam 3.9.8 Die andere Szene beginnt viele Millionen Jahre vorher in der früheren Morgendämmung der allerersten Weltschöpfung durch diesen Brahma Der hohe Jiva, der ein Brahma werden soll, erwacht zum ersten Mal im Kelch des Lotus zum Bewusstsein In tiefer Versenkung besinnt er sich, um der Bestimmung seines Lebens inne zu werden Während er still sitzt, in aller Willigkeit und Bereitheit, sich völlig auszuliefern Und seinen Auftrag, was immer dieses sein mag, zu erfüllen Vernimmt er plötzlich eine Stimme in seinem Herzen Diese sagt Tapar Das Sanskrit-Wort Tapar bedeutet hier Lichtglut der Erkenntnis Lichtglut der Erkenntnis bricht in ihm auf Sie kommt von Gott, dessen ganzes Wesen Erkenntnis ist Die Willigkeit Brahmas ist ein Ausdruck von Bhakti, die Gottes eigene Kraft ist Diese Bhakti hat den Höchsten angezogen Und zwingt ihn, den immer da und überall seienden, sich vor Brahma sichtbar zu machen Während Brahmas Haare sich im Glück des Erkennens sträuben und seine Augen von Tränen überströmt sind Schaut er Gott Dieses Mal nicht den Welt zugewandten Mahavishnu Er schaut den Urgott Narayana in der Fülle seiner Allmacht und Majestät Und er schaut Narayanas ewiges unendliches Reich Vaikuntha Das unbeschadet von allem Entstehen und Vergehen der Welten Immer da und überall ist Gnedig nimmt Narayana seinen treuen Diener Brahma bei der Hand Und weist ihm sein ewiges Reich und weist ihm, Lakshmi, die Chittgestalt seiner erkennenden Liebe Und seine anderen ewigen Gefährten, die ihm liebend dienen Narayana spricht zu Brahma, dem Weltenbildner Und diese wird völlig erfüllt von Gottes Worten Empfange das, was von mir nun gesagt wird Das höchst verborgene Wissen von mir Zusammen mit der unmittelbaren Erfahrung davon Zusammen mit dem Geheimnis und den Wegen zu diesem Geheimnis Wer ich bin, wie mein Sein beschaffen ist Wie die Gestalten, die darauf beruhen, wie ihre Taten Die unmittelbare Erkenntnis von meinem Wesen Dir wird sie zuteil Durch meine Gnade Bhagavatam 2.9.30-31 Die Worte zusammen mit dem Geheimnis In Klammer Sa-Rahasyam Bedeuten, wie sich später zeigen wird Das Geheimnis der ganz lauteren, dienenden, erkennenden Liebe Der Prema-Bhakti Brahma wird, wie das zehnte Buch des Bhagavatam berichtet Später nochmals staunend vor dem Urgott stehen Doch dann wird der Mantel der Allmacht und Majestät von Gott abgefallen sein Und der verwirrte Weltenbildner wird Bhagavan Svayam Als Krishna in dessen innerster Lila schauen In seinem Spiel der unfassbaren Lieblichkeit und unbekümmerter Ausgelassenheit Bhagavatam 10. Kapitel 13 und 14 Doch das ist ferner Zukunft vorbehalten Nun vernimmt Brahma die Worte der göttlichen Allmacht Es sind Worte, die mit Gottes Wesen eins sind Er empfängt die sogenannten vier Urstrophen des Bhagavatam Durch die erste dieser Grundstrophen erkennt Brahma, dass Narayana, der Gott der Allmacht und Majestät in seiner ewigen Gestalt war, ehe es eine Welt von Zeit und Raum gab Und dass das gestaltlose Brahman, das unberührt von aller Stofflichkeit des Weltalls ist Nicht verschieden von Narayana und nicht selbstständig ist Der Weltenbildner erkennt auch, dass dieser allmächtige Gott in seinem ewigen Reich ist, wenn es ein Weltall gibt Und er erkennt auch, dass Narayana und sein ewiges Reich sein wird, wenn es kein Weltall mehr geben wird Bhagavatam 2.9.32 Die zweite der Urstrophen des Bhagavatam 2.9.33, die Brahma vernimmt, handelt vom Wesen der Maya Alles, was außerhalb Gottes und des Atmer wahrgenommen wird, ist Maya Bloß Schatten und Abglanz der wahren Wirklichkeit Die dritte Urstrophe 2.9.34, handelt davon, dass Gott, in Klammer, der kein Außen und Innen hat Innerhalb und außerhalb aller Dinge ist, sich im Herzen, aber bei noch stärkerer dienender, erkennender Liebe auch vor den Augen der Baktas sichtbar macht Die vierte Urstrophe 2.9.35, handelt in verhüllter Sprache von dem, was der nach Wahrheit Forschende suchen solle Von dem, was immer da und überall ist Das heißt, der von Gott ungeschiedenen, ihm wesenseigenen Kraft, der erkennenden Liebe Der Prema Bhakti Bhagavan Narayana mahnt dem Prama noch, er möge sich mit höchst konzentriertem Geist an diese Gedanken halten, die Gott in den vier Urstrophen aussprach Er verheißt ihm Halte dich mit höchstem einspitzigen Geist in dieser Sinnesausrichtung auf mich Durch alle Schöpfungsperioden hindurch wirst du nicht verwirrt werden Bhagavatam 2.9.36 Später berichtet Brahma seinem geistigen Sohne Narada von dieser Begegnung mit dem Höchsten Die Stadt fand, ehe er die Welt war Er übermittelt dem Lauschenden die ewige Lautvibration der vier Urstrophen In Klammer Narada Paravak Die er in seinem Herzen von dem Gotte der Allmacht empfangen hatte Und die sich zur Essenz des Vedas zum Bhagavatam entfalten wird Damit eröffnet er die nie unterbrochene Traditionsfolge, die mit Gott selbst anhebt und zu der auch die Chaitanya-Bewegung gehört Und die bis in unsere Tage reicht Brahma übergibt dem Schüler, der viel größer ist als er, die Kraft der erkennenden Liebe Die er mit den Strophen erhielt und sagt ihm Weil Bhagavan, in Klammer Hari, immer mit ganz schwachem, sehnsüchtigen Herzen von mir festgehalten wird Deshalb wird meine Wortkraft nicht als unwahr wahrgenommen Noch geht mein Geist jemals in die Irre zu Dingen, die nicht ewig wahr sind Noch stürzen meine Sinne auf den Pfad des wesenlosen Seins Bhagavatam 2.6.33 Es heißt, wenn in irgendeiner Schöpfung kein würdiger Shiva vorhanden ist Um das Amt eines Weltenbildners zu verwalten Dann übernimmt Vishnu selbst dieses Amt und wird dann der Guru von Narada Im Bhagavatam wird auch die Szene geschildert Da Narada später dem Vyasa, dem Ordner der Veden, die vier Urstrophen des Bhagavatam, die er von Brahma empfangen hatte, übergibt Und ihm mit der wesenhaften Kraft ihre Worte lautere Prema Bhakti schenkt Vyasa hatte damals, so berichtet das Bhagavatam, bereits viele Shastras, Veden und Upanishaden, Itihasas und Puranas an seine Schüler weitergegeben Und doch hatte er nicht völligen göttlichen Frieden erlangt Sowohl Narada wie Vyasa sind ewige Mitspieler des verborgenen göttlichen Spiels Unter dem Einfluss der Chit-Shakti-Bhagavans In Klammer In deren Aspekt als Lila-Shakti oder Yoga-Maya Nehmen sie im Verlauf des Spiels manchmal sogar ihr eigenes Wesen fast vergessend Die Rolle des Unwissenden, des Strauchelnden an Und weisen andere unvollkommene Wesen durch ihr Beispiel den Weg zum Heil Diese beiden ewigen Mitspieler Gottes begegnen sich nun am Ufer des Stroms, der den Namen Sarasvati In Klammer von Weisheit erfüllte göttliche Wortkraft führt Und Narada fragt den Vyasa, warum er so traurig sei Das Wechselgespräch, das sich zwischen beiden entwickelt, ist tiefgründig Vyasa weiß wohl, warum er sich leer in seinem Herzen fühlte Es mag wohl daran liegen, dass ich in den Shastras noch nicht jene Form der Religion dargelegt habe Die sich unmittelbar auf Gott bezieht, wie er in seinem innersten Wesen ist Denn nur diese Form der Religion ist den höchsten Gottgeweihten, den wahren Bhaktas und Gott selbst lieb und teuer Bhagavatam 1.5.32 Um das, was Vyasa in seinem Herzen längst weiß, nochmals klar bekräftigt zu bekommen, bittet er Narada um Rat und Hilfe Er bittet ihm um Unterweisung und er hört von ihm Dir mangelt es an einem Du hast bisher den Ruhm Bhagavans nicht in seinem innersten Wesen dargestellt Alles, was du bisher in den Shastras so herrlich verkündet hast, vermag ihn nicht wirklich zu erfreuen Alle anderen Dinge, höchste Weisheit, Gesetz und die religiösen Pflichten der Menschen hast du ausführlich in der Shruti dargelegt Und doch hast du noch nichts von Gott, wie er in sich selbst ist, berichtet Du weißt, nur durch höchste Bhakti offenbart Bhagavan, wie er ist und wer er ist, dem Wesen nach Gita 18.55 Du weißt, nur lautere Bhakti, dienende erkennende Liebe, die nichts für sich selbst begehrt, vermag ihn zu erfreuen Narada gab dem Vyasa zu verstehen, dass in all den großen Offenbarungen, die er bisher in Worten ausdrückte Gott und die Welt vom Menschen aus gesehen worden ist Und darin nur gesagt wurde, was der Mensch um seiner Selbstwillen denken und tun solle und was er dadurch schließlich erreichen könne Freiheit vom eigenen Leid und den stillen Frieden im Erleben der Einheit mit dem gestaltlosen Aspekt der Gottheit Der Gott geweihte Narada erteilt dem Yasa den Rat, sich alle anderen Gedanken zu entledigen und sich einzig in sich hinschenkender, dienender Liebe, Bhagavan, den überweltlichen, persönlichen Gott und dessen ewiges Spiel zu vergegenwärtigen Und dieses göttliche Spiel, das der heimliche Grund aller Gottesoffenbarung und allen Seins ist und das in Gestalt der ewigen Lautform Gottes in Gottes Reich ewig da ist In der Sanskrit-Sprache seine Zeit auszudrücken Narada sagt ihm Ein weit schauernder Weiser, der allem anderen Tun entsagt hat, vermag das stille Glück des Unendlichen, des von Zeit und Raum unbegrenzten Gottes zu erkennen Doch für jenen, der atmerlos ist, in Klammer, der vermeint, es sei bloß Leib und Geist Und dahingetrieben wird, unter dem Zwange der Gunas, offenbare die Taten, in Klammer, die Lila Gottes Bhagavatam 1.5.16 Lila, das verborgene Geschehen in der Unendlichkeit des Chitreichs, der ewigen Wirklichkeit Die allen Naturgesetzen und Denkgesetzen im Maya-Bereich des messbaren und berechenbaren und trägen enthoben ist Sich aber nach eigener Initiative jederzeit und allerorts offenbaren kann Wird in den Texten die innere Lila Gottes genannt Wie in der Welt, aber ausschließlich Lila In Klammer Lokavat tulila kaivalyam So erklären die für fast alle religiösen, philosophischen Richtungen des Hinduismus autoritativen Prama Sutras 2.1.33 Was ist diese Lila? Wenn man in einem Sanskrit-Wörterbuch nachschlägt, findet man dafür unter anderem Play, Sport, Pastime, Amusement, Mere Appearance, Charm, Grace Also könnte man Spiel sagen Aber es ist ein Spiel, das nicht im allergeringsten mit irgendeinem Zweck behaftet ist Dieses Spiel ist motivlos und ursachlos Es ist ohne Warum So der Warumbe Wie der christliche Mystiker Meister Eckhardt sagt Deshalb hat man dieses Spiel jubelnden Tanzreigen ganz junger, unschuldiger Kinder verglichen Und doch ist es wieder ein Spiel, das in jedem Augenblick voll höchste Weisheit ist Jedes Wort ist ein Lied Jeder Schritt ist Tanz Heißt es davon Prama Samhita 5.1.36 Es ist ein Spiel voll schwebender Leichtigkeit und Heiterkeit und Spaß Und doch auch manchmal voll abgrundtiefer Tragik Es ist ein Spiel voller Leid und doch ist der Untergrund dieses Leids immer höchstes Glück Das Drama der Lila Gottes geht auf vielen Bühnen, von denen jeder eine Unendlichkeit ist, gleichzeitig vor sich Das Drama besteht aus zahllosen Aufzügen Es hat keinen Beginn und kein Ende Aber seine Spannung steigert sich ständig Weil selbst Gott der Unendliche die Tiefe seiner eigenen Unendlichkeit nie ausschöpfen kann Der einzige Held dieser Lila ist Bhagavan, der in vielen Seinsweisen seines Selbst auf vielen Schauplätzen gleichzeitig spielt Und dessen Gestalt in allen seinen Seinsweisen aus ewigem Sein, aus ewiger reiner Erkenntnis und aus wahrem Glück geformt ist Von Ewigkeit zu Ewigkeit erlebt er sich als Sein Erkenntnis und Glück In alle Ewigkeit kommt er nicht ans Ende seines eigenen Seins Er kennt sich selbst nicht bis zum letzten Rest und schöpft nicht das Glück aus, das er selbst ist Bhagavans Sein und innergöttliches Leben kennt kein Warum Er ist die Fülle, der nichts mangeln kann Er selbst ist der Erkennende und er selbst ist der Erkannte Er ist die unendliche Einheit des Ich und des Du Das Ich ist er selbst, das Du sind die Geliebten Die mannigfaltige ewige Gestalten aus der Fülle seiner eigenen Kraft des Seinerkenntnisglücks sind Sat, Cid, Ananda In die Tiefen seiner eigenen Unendlichkeit schauend und lauschend erkennt Bhagavan sich selbst als Glück Er ist über alles Maß Atmarama Das heißt, der in sich selbst Freude findet Er wird im Bhagavatam 11.26.15 der Atmarameshvara Das heißt, der göttliche Herr, in Klammer Ishvara, all derer genannt, die Befreiung gefunden haben Und sich in ihrem eigenen Atmar freuen, in Klammer Atmarama Doch noch stärker erlebt Bhagavan sein eigenes Wesen in den Seinen, von denen er getrennt ist und nicht getrennt Verschieden und nicht verschieden, geschieden und nicht geschieden, in Klammer Beda, Abeda Und in denen er sich selbst weiß, erlebt, erkennt, liebt und als Glück gestaltet, wenn er mit ihnen seine Lila spielt Im Zentrum ist er Um Gottes Willen, zu seiner Freude, erkennen und erleben ihn die Geliebten Sie haben kein Ich, das getrennt von ihm eine Erkenntnis und ein Glück begehren könnte Die nicht seine Erkenntnis und sein Glück wären Ihr Glück ist sein Glück und sein Glück ist ihr Glück Denn er und sie sind nichts als er selbst Er liebt sie, sie lieben ihn Die von ihm ausstrahlende Liebe ist die erkennende Kraft, die als Liebe zu ihm, zu ihrem Ursprung zurückkehrt Im Bhagavatam schildert Bhagavan Krishna das Wesen seiner ewigen Mitspieler, die er zuweilen auch zur Erde und in andere Welten entsendet Die Seienden, die vollendeten Bhaktas geben die Augen In Klammer, die Erkenntnis, was dienen ist und wie es geschieht Sie sind die in der Außenwelt aufgehende Sonne Sie sind die wahren Götter In Klammer Und nicht die Herrscher und Verwalter der Kräfte und Güter in einem Weltall Sie sind die wahren Freunde und Verwandten In Klammer Und nicht die Bündel aus Fleisch und Blut Welche die Menschen aufgrund ihres falschen Ichs als ihre Verwandten ansehen Sie sind die wahren Seinden In Klammer Alle anderen Wesen sind Maya Sie sind das Ein und Alles In Klammer Atma Ja, sie sind Ich selbst Bhagavatam 11.26.34 Wiederholt ist in indischen Traditionsfolgen angestrebt worden Das Wesen des innergöttlichen Lebens Das unaussprechliche Mysterium der Lila Doch gleichnisshaft in Worte auszudrücken In der Bhaktischule Ramanujas wird gesagt Wie ein Prinz, der Ball spielt In der Schule von Shankaracharya heißt es Mühelos und leicht wie Atemzüge Die Anschauung der Schule Chitannis ist Einzig aus überflutender Freude Eigentlich ist es unrichtig, von Gottes Spiel zu sprechen Sein Wesen ist Lila Er selbst ist das unendliche Spiel Hier war von der sogenannten inneren Lila Gottes Antarangalila die Rede gewesen Die Texte berichten auch von einer äußeren Lila Bayrangalila Die sich gleichsam am Rande der unendlichen Spielentfaltung begibt Die äußere Lila Fußnote 106 Innen, außen bedeutet hier Keine Koordination im Sinne der Welt Sondern das, worauf eine Sache beruht Und das, was davon abhängig ist Nach innen schauen bedeutet in der Upanishad Nach dem Wesen einer Sache Ihre Grundlage dem ewigen Schauen Nach außen schauen bedeutet Nach dem Schein der äußeren Erscheinung der Hülle Dem vergänglichen Schauen Innen und außen sind symbolisch Vergleiche Katar Upanishad 2.1.1 Die äußere Lila ist der Fassungskraft des Menschen leichter zugänglich Die früher geschilderten großen kosmischen Prozesse des Weltentstehens gehören zum Beispiel dazu Ebenso die Weltauflösungen Auch für die äußere Lila Von Gott her gesehen gilt das, was für die innere Lila gesagt wurde Alles vollbringt er so mühelos und leicht So wie man atmet Shiva in seinem Aspekt als Weltvernichter Tanzt trunken über einer verbrennenden Welt Um Platz für eine neue Schöpfung zu bereiten Und doch wagte Kavi Karnapurna Im Vorspiel seines zehnaktigen Chaitanya-Dramas Chaitanya Chandrayam zu sagen Dass sich die äußere Lila zur inneren Lila so verhält Wie eine alte Frau mit grauem Haar zu einem schönen, jungen Mädchen